Was geht ab Leute, heute ist soweit, wir machen endlich mal wieder, drücke nicht den Knopf mit Kaspar. Lasst deswegen auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da, Freunde, dreht doch einmal ganz los euer Handy, drückt nur auf die Glocke, ihr werdet auf jeden Fall kein Video mehr verpassen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kaspar! Rocks up! Okay, 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 wir dürfen hier auf jeden Fall nicht den Knopf drücken, das haben wir schon ein paar Mal gespielt, aber heute sind wohl neue Sachen am Start. Okay, drückt auf! Okay, was passiert jetzt hier? Irgendwas wird jetzt hier passieren? Wir müssen jetzt irgendwas machen. Oh, okay. Achso, wir sollten am meisten den Knopf drücken. Achso, okay. Aber dann komm, drückt drauf, pass auf, ich drücke jetzt auf. Oh, was ist das denn? Das hat mich erwischt. Ey, du wurdest einfach geholt. So ein Laserstrahl oder so, oder? Ja, du wurdest einfach geholt von so einem Laserstrahl. Ja, aber auch nur Karma, weil ich auf den Knopf gedrückt habe, also ich kann es dir nicht empfehlen, da drauf zu drücken. Ja, ja, das klappt. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ey, da läuft der, ey, guck mal hier, guck dir da drauf. Oh Gott, ein Schläger, ein Schläger, pass auf, pass auf. Der haut dich ja richtig kaputt. Ey, lauf weg, lauf weg, lauf weg, schnell, 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 schnell. Ich hole mir hier den Diamanten, ich hole mir hier den Diamanten, oh Gott. Ey, der möchte richtig auf uns auf den Zeiger gehen. Schnell den Diamanten, Kaspar. Nein, nein. Brox, oh, ich logge ihn zu dir. Slap, slap, slap. Ich logge ihn zu dir. Nein, nicht zu mir. Hilfe, nein. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Bitte. Oh mein Gott. Au, Alter. Ey, das ist ja auch noch explodiert, Alter. Ja, holy moly, Mann. Okay, komm, wir drücken auf den Knopf. Drück drauf. Und? Und? Achtung, oh. Oh, mein, was ein riesiger Zug, der da langfährt. Du wurdest schon wieder geholt. Mann, ey, dafür kann ich doch nichts. Oh, was ist denn? Oh, Mann. Gott, was? Wir müssen Laserguns haben. Laserguns, Laserguns, Laserguns. Feuer, Feuer, Feuer. Ha! Ausweichen, ausweichen. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Ich hab's direkt erwischt. Oh Gott, nein. Ich bin direkt... Oh, jawohl, ich hab einen geholt, ich hab einen geholt. So, der hast geholt. Na, ist hier noch irgendwo einer? Traut sich hier jemand? Hallo, traut sich jemand? Boah, jawohl. Ich hab noch einen geholt. Hast du auch einen? Sauber, sauber, sauber. Hä? Wo sind die anderen jetzt? Mein Geld hier. Es sind schon ziemlich viele durch. Hä, bist du auch noch hier? Ne, ich bin schon tot. Achso, dann war ich als einziger überlebt, oder nicht? Achso. Ja, anscheinend, anscheinend. Nicht schlecht, dann. Den hatte ich sogar gewonnen. Sehr, sehr gut. Okay, komm. Wir machen jetzt hier einmal ganz kurz ein schönes Foto. Okay. Okay. Stellen wir uns hin. Einmal grinsen. Hallo. Hallo. So, und das Foto wird jetzt gemacht. Ja, und das Foto wird gemacht. Und? Wo ist das jetzt? Sollte jetzt hier, glaub ich... Ah. Ey, Mann, oh. Ey, aber cool geworden. Ich wurde ausgeschnitten. Was für cool. Ja, ich bin drauf. Da fand ich schon cool, das Foto. Okay, komm, wir drücken auf den nächsten Knopf. Oh mein Gott, wir sind in einer anderen Galaxie. Wow. Was? Oh mein Gott, wo sind wir in einer anderen Galaxie, oder so? Guck dir das mal an, wie das aussieht. Oh mein Gott, drück noch mal auf den Knopf. Warte, ich drück mal drauf. Ja, ja, drück mal auf... Okay. Was passiert hier? Okay, verändert aber nichts. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist unten, wo ist oben. Warte mal. Oh mein Gott, was war da gerade los? Ey, da werden wir doch andere Schwerkraft, ne? Auf jeden, auf jeden. Oh, was ist jetzt? Pizza bringen. Okay, komm. Schnell. Schnell zu der Farbe, wo du auch hin musst. Ja, das ist doch hier. Hier war ich doch gerade schon. Äh. Hallo? Wo muss ich denn hin? Äh, das ist falsch hier anscheinend. Ach so, ich muss zum gelben Haus. Schnell hier, ich muss zum gelben Haus. Ach, da gibt's noch mehr. Ah, schnell hier und... Ja. Ich hab Pizza weggegeben. Du auch, ne? Sehr schön. Ich auch. Ich hab genau Zeige gehabt, dass es geschafft. Sehr gut. So muss das auf jeden Fall. Sehr gut. So soll das. Okay, dann wäre jetzt hier die nächste Sache. So, mal wieder drauf auf den Knopf. Nächste Sache ist... Ja, ich drück auch mal wieder drauf. Mal gucken, was passiert jetzt hier. Oh, 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 oh. Eine Diamantenhöhle. Okay, ein Diamant ist in der Höhle. Was? Wir sollen das Letztes einsammeln? Schnell, 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 schnell. Ein Diamant. Nur ein Diamant ist da. Nur ein Diamant. Okay, das ist ein Labilit, glaube ich. Ja. Nein, ich komme nicht durch. Ich laufe hier. Ich hab ihn. Nein, Sackgasse nur. Oh mein Gott, kann nicht sein, dass ich ihn finde. Ach, Mann. Ey, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Ja, selbst schuld, ne? Selbst schuld. Mano. Auf die Plattform. Oh Gott, ich hab's geschafft. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's auch geschafft. Der hat's fast nicht geschafft, ne? Und ihr, ich war die Mütze holt da hinten. Ich hab gedrückt. Oh nein, der ist stiller als ich darf. Ich hab gedrückt. Und was passiert? Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Nein, ich bin runtergefallen. Bist du im Tornado drin? Oh, ich bin runtergefallen direkt. Ich war direkt oben im Tornado. Nein, noch mal. Ey. Oh, es geht weiter. Doch, schon wieder. Oh Mann, oh. Oh. Oh, den Wärme einsammeln hier. Ich wurde schon wieder geholt. Und? Oh nein, jetzt hat er mich auch. Lauf, 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 lauf. Aber ich überlebe. Ich überlebe. Kaspar, lauf weg. Der Tornado. Ich hab überlebt. Ich hab mich schon aufgezogen. Oh Gott. Okay, sehr schön. Okay, komm, wir machen jetzt den nächsten Knopf jetzt hier. Oh, pass auf. Der Lava-Spinner, Kaspar. Lava, der dreht sich immer aus Lava. Ja, mal gucken, ob wer von uns länger überlebt, ne? Ja, ich sag ich. Ich sag ich, ich überlebe länger. Ja? Ich sag ich. Ja, ja, safe call. Ich sag ich. Ich sag ich. Nein. Alles gut, okay. Ich sag auch, du. Wie lange wirst du überleben? Oh, ich kann dir in Zukunft von hier oben. Sag mal, du bist der letzte Finale, Finale. Voll einfach. Ich muss sagen, es ist voll einfach. Komm, das schaffst du. Ah, er wurde geholt. Jawohl. Jawohl. Ja, ja, ja. Sag mal, ey, wie schnell du verspringst. Sag mal, nee, gar nicht schlecht, ey. Das ist echt gut, ne? Jetzt habe ich hier schön Vorrahmen für den Knopf. Ich habe jetzt auch gedrückt. Mal gucken. Und drück drauf. Wie ich jetzt? Nicht bewegen. Nicht bewegen. Oh mein Gott, die hat zerflicht. Ha, ihr Idiot, die hat mich bewegt. Aua, nein. Was machst du? Ey, Manu. Wir durften uns doch nicht bewegen. Toll. Pass auf, die Bombe, die muss runtergeschubst werden von der Plattform. Schnell, 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 schnell. Roll, 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 roll. Oh Gott, oh Gott, zie, roll, zie, roll. Okay, dann. Wieder draufdrücken, da. Und der läuft wieder, jo. Sehr gut. Oh, was ist denn jetzt? Okay, wir haben jetzt. Ah, okay, wir müssen das einfärben. Okay, komm, 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 komm. Wir sind Team Rot. Komm, mach so. Los, drück, los, lauf, 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 lauf. Alles. Einfach richtig viel machen. Zack, 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 zack. Doppelt so viel. Schön, überall laufen. Auch so zick, zick, zack. Doppelt und dreifach. Doppelt und dreifach. Ja, war ich auch gerade. Hier, überall lang, hier. Das hält alles gut. So, guck mal, ich laufe gerade schön um die ganzen Sachen rüber. Auf jeden. Ich mache dir auch gerade schon mal alles klar. Der blaue möchte irgendwas, guck mal, da laufe ich einfach ganz kurz nach. Sag mal, wir haben richtig viel schon, ne? Du kannst hier auch gegen die Dinger. Nee, der blau hat voll viel. Was? 238? Was? Toll, die haben wir 20 Points bekommen, haben wir gar nichts, oder was? Okay, okay. Oh, nein. Der Knopf ist verschwunden. Kaspar, wir müssen den Dach finden. Wo ist der Knopf? Es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Irgendwo ist der hier garantiert. Ich sag, hier in die Richtung. Hallo? Bist du ihn schon? Okay, hier ist eine Kante. Hier ist eine Kante. Das heißt, es muss in die andere Richtung sein. Ja, ich finde ihn hier gleich. Ich sehe ihn gerade leider nicht. Oh, bitte, bitte. Knoppeldi, Knoppeldi. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Hast du? Ich habe drauf gedrückt, ich habe drauf gedrückt. Okay, sehr, sehr gut. Okay, aber irgendwer hat das vor dir sogar gefunden, habe ich gerade gesehen. Ah, okay, okay. Ja, die war auch vor mir ein Stück. Dann drücken wir auch wieder ganz kurz hier drauf. Und jetzt, was haben wir jetzt? Oh, Vorsicht. Pass auf. Was ist das denn? Fortnite hat gewonnen. Was? Was soll das denn sein? Okay. Das war ja schon merkwürdig, okay. Jetzt habe ich nicht mal den Knopf gedrückt. Mal gucken, was passiert jetzt? Ich habe den Knopf gedrückt. Oh nein. Feuer. Oh, der Knopf brennt. Feuer. Hier, Feuerlöscher. Feuerlöscher, Feuerlöscher, Feuerlöscher. Ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Okay, sehr schön. Komm, drück drauf, drück drauf, drück drauf. Komm, drück, mach auf, mach auf. Und ja. Ich habe das Feuer gelöscht und habe jetzt sogar ein Abzeichner für bekommen. Oh, nicht schlecht. Oh Gott, ich habe es in seine Außenruhe an der Ecke. Gelb. Ich wollte eigentlich rot nehmen. Oh nein. Und? Bitte. Bitte, 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 lasst mich. Ja, geschafft, ey. Sehr schön. Denkst du, bleib stehen? Oh nein. Bleib stehen? Oh Gott. Rot. Komm, wir bleiben stehen. Ich sage rot. Hey, du gehst doch nicht in rot. Oh nein. Bitte bleib hier. Oh nein, Kaspar. Haha. 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 Oh ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh, nochmal, nochmal. Du gegen ich. Äh. Oh. Ich sage blau. Ich sage grün. Ich sage blau wird's. Ich sage grün. Locker wird grün nicht dreimal unterfallen. Blau ist safe. Nein, nein. Ich riech das. Grün ist locker sicher. Als ob es dreimal runter... Oh. Oh ja. Ja. Ich surfe mich zum Thema grün ist sicher. Manno. Ey. Ja, das habe ich gesehen. Hast du drauf gedrückt? Ey, pass auf. Ja. Pass auf, die hat ein Schwer. Die muss uns alle... Ach. Die muss uns alle schlagen. Ah. Was? Oh mein Gott. Die muss uns alle bekämpfen oder so. Die schlägt die da schon. Die schlägt die da schon. Haha. Hallo Leute. Die schlägt nicht. Du kriegst uns nicht. Du kriegst uns nicht. Hallo. Du kriegst uns nicht. Du kriegst uns nicht. Die Eiswahl vergüben. Okay, ist schon vorbei. Ist aber easy. Okay, mal gucken, was passiert jetzt, wenn du den Knopf drückst. Oh Gott. Nein. Okay, Chefkoch. Wir müssen ihm die Zutaten bringen. Schnell nach oben. Echt hoch. Okay, schnell. Oh, es ist ein Jump'n'Run. Es ist ein Jump'n'Run. Ah, okay. Das sind ganz verschiedene. Achso. Achso. Aber entscheidend ist das hier. Drei Zutaten sind es, glaube ich. Oh, hier haben wir... Okay, ich habe was eingesammelt. Ich habe einen Schub Salz eingesammelt. Ja, der hat alles schon, glaube ich, oder? Haben wir schon alles? Hier vorne auch schon, ja. Da oben. Ein Letzter fehlt noch. Da oben muss er hin. Er muss nur rüber. Ja, da muss er hin. Da muss er hin. Er muss nur rüberspringen. Und das schafft er jetzt auch. Und? Er hat es auch geschafft. Ja. Ich schaffe. Ich drücke drauf auf den Knopf. Sehr gut. Dann machen wir uns jetzt mal was zu essen jetzt hier. Oh. Leckeren Kuchen hier. Benutzt man so das Nudelholz? Ich glaube nicht. Okay. Und? Hä? Der Kuchen. Hä? Jawohl. Ey, ich habe einen Kuchen. Ich drücke auf den Knopf. Ich drücke auf den Knopf. Hab drauf gedrückt und... Wow. Von oben. Guck mal von oben. Ey, lol. Oh mein Gott. Wie das aussieht. Oh Gott. Was ist denn jetzt hier los, Caspar? Was ist jetzt hier los? Ich weiß es nicht genau. Wir müssen unsere Tische platzieren. Ach, unsere Tische müssen die umschmeißen. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was? Was? Was ist das für ein Spiel? Wir müssen irgendwie einen Tisch platzieren. Auf ihn. Auf ihn. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. Was? Als wenn du da jemanden runtergekickt hast. Auf ihn. Er wollte mich. Auf ihn. Er wollte mich holen. Ey, was? Oh Gott. Oh Gott. Aber alles easy. Da. Alle drei auf einmal. Alle drei auf einmal. Und weg damit. Oh. Ey, was? Oh. Oh. Was ist das denn? Meine Arme, die sind gebrochen oder so? Deine Arme sind echt gebrochen. Oh Gott, schnell. Ich schaff's zuerst. Die Speed-Obby. Die Speed-Obby. Oh. Okay, hier wischt es. Oh, was? Ich schaff die sowas von zuerst. Ich hab mich erwischt. Manu. Bist du runtergefallen? Ey, ja. Oh mein Gott, ich hab sie eingeholt. Oh mein Gott. Ich hab sie eingeholt. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Oh mein Gott. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ey, wie krass, ey. Kasper, das war wie bei heute echt mega cool. Ja. Hat wieder Ultra Bock gemacht. Das soll's von dem Video gewesen sein. Wenn's dir gefallen hat, lasst euch mal gerne ein Like und ein Abo da. Check einzelne mein Bestie aus. Einfach draufklicken. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.